Dich darf ich auch mal mit deiner neuen schicken Jacke, ne? Michael ist ganz schick heute, was? Was freutest du noch nicht? Hast du denn deine Kamera vorgestellt? Ach so, ja, ich will mal nett sein und nicht gleich... Ich will mal höflich sein und nicht gleich Kamera raus. Bist du denn hier nicht gleich? Ich bin immer schick, aber heute bin ich besonders schick. Wenn ich Martina besuche, muss ich immer... Lass uns da hinten liegen. Warte, wir machen da hinten. Hier ist kein schöner Hintergrund. So wie ich aussehe, man stimmt nicht mehr, als würde ich gerade ausmuchen. Ja, hier ist eigentlich so Sonne am Waldrand, hatte ich gedacht. Echt, frierst du schon? Na, jetzt ist es kalt. Weißt du, wann die Sonne schön war? Um 11, um 12, um 1, um 2, um 3... Es war den ganzen Tag. Schön, unwarn. Und weißt du, wann es dunkel wird? In einer halben Stunde. Wir haben jetzt 4 Uhr. Stimmt das? Ja, du bist doch zu spät gekommen. Du bist eine halbe Stunde zu spät gekommen. Nein, ich bin um 3 Uhr fertig, habe ich gesagt. Soll ich die Zeit machen? Ach so, ähm... Wir können aber auf der Bank da schön Pause machen. Können wir uns hinsetzen und... Und dann im dunklen Café drin. Ja. Wenn die Sonne weg ist, ist es immer noch eine Stunde hell. Ja, das ist doch so. Wir haben die Zeit auf. Jetzt habe ich schon genommen. Ich habe ihn... Ja. 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 Anja! Wo kommst du jetzt? Kann ich sie auch richtig rum oder filme ich mich jetzt? Doch, ich sehe dich ja. Das wird alles befreit und schicke ich dann auf die Immenhausenseite, dass alle Bescheid wissen. Was wissen die? Hier ist aber nicht so schön, hier sind lauter Autos. Das sind alle. Im Haus und so. Oder so die Leute. Ich erzähle ja sowas gerne. Die Hunde, die bellen, beißen nicht. Glaubst du jetzt? Kommst du durch mit deinem Handy? Ja, würdest du schon melden? Da wird ja was von dir. Geh mal weiter oder wolltest du in der Hand setzen? Sonnenbrille brauchst du jetzt nicht mehr. Die Sonne ist weg. Das sehe ich aber früher aus. Nur wenn du die Kameras machst, ist die Sonne immer weg. Ja doch, guck mal da hinten. Da hinten ist sie noch. Über den Berg. Ja, du bist nicht auf dem... Warum bist du denn nicht auf dem Fest? Das ist nicht mehr weg. Das ist nicht mehr weg. Für die Sonne. Ja. Kann ich schon wieder rauchen? Nein! Mal lass aus. Vor allem gehen schon gar nicht. Ach so ist ja Corona. Nicht so nah, wir haben Corona. Ach, Bom. Das klappt nicht. Ach, das ist doch alles. Ich schille mal da. Ja, dann kann ich dir auch noch viel. Ja. Du musst doch abwechseln. Nee. Na ja. Ja, wir werden so clean. Auch das ist ja heute noch nicht. Ah. ET